und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ls 19 auf der hofbergmann eine wunderschöne guten tag wünsche euch ja die letzte folge ist schon etwas länger her aber ich habe mir das noch merken können damit wir hier bei welt 1 fertig ansehen müssen und düngen und da nummer 2 ist 50 prozent gedüngt die können wir erst in der nächsten stufe dünge das müssen wir kalken und ansehen warum und weshalb wir in der letzten zeit keine folge gekommen ist dass er gleich ruhig gleich also soja bohnen kommt dann auch das schreibt wir können soja ja beste gewesen eben wo warum keine folge gekommen ist weil ich momentan sehr viel zu tun gehabt habe jetzt aber wieder im zeit und ja und wieder folgen kautzen aus wasser und gerst was wasser und die arbeit sind geste mensch dann immer mal die tiere versorgen das war jetzt nicht so gut so so Kommt da mal Wasser wieder rein? Jetzt ist alles bei mir nur Gaste oder bei Meist So Jetzt bin ich eben dabei wieder für euch was aufzunehmen Und vielen lieben Dank für euren Support Damit wir die 100 Abos erreicht haben Und natürlich wenn euch das Video gefällt Natürlich das Like nicht vergessen Dann weiß ich ob es euch gefällt Und ja Das nächste Ziel von mir sind eben die 500 Abos Wenn er die knackt Dann verlose ich was So jetzt müssen wir noch Was brauchen die? Getreide oder Weizen So dann gehen wir mal die Sachen aus dem Lager holen So Ah schau mal Unboss ist auch fertig. Er ist auch Waldpferd. Er füllt auf. Ja. Ja. Es war. Dann macht die Lage wieder vor. Und ja. Wenn ihr noch coole Mods habt könnt ihr es mir gerne schicken. Dann schaue ich mir die an. Nehme ich in das Projekt mit rein. Und hier. Ja. So. Dann sind wir schon am Hof. Dann rückwärts zu den Enden rein. Abkippen. Und weiter geht's. So. Bleib stehen. Bremsweg ist ganz anders. Mitternast. Bremsweg ist ganz anders. Und das da nicht abkippen. Ja. Ah ja. Da war ja wieder das Problem. Mit Bär. Ja. 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 Dann nehmen ihn gut. Ja. Ich mach ihn gut. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. So. Dann schauen wir mal. 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 Dann... Dann schauen wir mal. Dann... 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 Dann...